Jetzt! Wir sind jetzt hier zur Halle marschiert, auf der Höhe 5.00 Uhr auf der Marktplatzformatik. Und um 15 Uhr geht es dann auch mit dem TeddaTet-Grups, 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 TeddaTet-Grups. Deutschland Feminin spielt gegen Luxemburg. Die Deutschen hören gegen Österreich. Wir haben den offiziellen Einlauf, den wir für euch jetzt übertragen werden. In der Kamera mein Kollege Thomas Schumann und der Pechstück David Hürtgen. Wir freuen uns jetzt, dass es langsam losgeht. Von heute an bis Sonntag, Europameisterschaft, Dublet, TeddaTet, hier in der Schweiz. Und wir werden die 5 Tage für euch natürlich über unseren Kanal, WPV, YouTube-Kanal übertragen. Wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß. Wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß. Einmarsch. Und verabschiede mich. Bis später. Und wir werden uns dann übertragen. Tschüss. 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 So, hier kommt das deutsche Team. Wir laufen jetzt von der Einweihungsfeier, laufen die alle geschlossen, Land für Land. Läuft jetzt nach der Halle zurück. Schönen Tag. Tschüss. Zähnchen. Schönen Tag. Kommaue hier auf. iki- mite. Hier kommen die Franzosen als Favoriten. Bekannte Franzosen und unbekannte. Die Italiener ohne Rizzi, weil die ja dieses Jahr in der Triplette im Moment spielen. In Frankreich, die französische Meisterschaften. Bekannte Zichte aus Luxemburg, Salut Salut! Unsere Freunde aus Holland, die Polen, die Tschechen kommen hier. Serbien, Slowakei, unsere Freunde aus der Türkei, Ukraine und zum Schluss unsere Gastgeber aus der Schweiz. Dann die ganzen Schiedsrichter, Abitre und natürlich die Großkopfer, der Chef, der Generalsekretär und alle, die noch dazugehören. Und die Champignard. So, das war die Eröffnungsfeier und wir melden uns wieder nachher aus der Halle. –ization. Sch perdony. Musik Achtung 10. schon.